Hey du, willkommen zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. So, wir haben in der letzten Folge erfolgreich die Fuel Logs erschaffen. Wir sind also schuld an dieser bösen Apokalypse, die jetzt eintritt wahrscheinlich, und haben die auf Elysium losgelassen. Und jetzt versuchen wir hier irgendwie die Wasserkelle zu nehmen, damit Kohle zu schöpfen und jemanden das an den Kopf zu werfen. Das geht nicht. Okay, was haben wir denn? Ah, Moment. So, warte mal. Können wir damit noch etwas anders machen? Das Armband. Okay. Was bringt mir das jetzt genau? Vielleicht muss ich da irgendwie ran. Okay, das schaffe ich nicht. Ah, jetzt vielleicht. Hä? Und was war das jetzt? Ein Test. Du hast bestanden. Äh, das ist gerade irgendwie so ein bisschen buggy, die Anzeige. Oh lala. Hallo. Äh. Okay. Äh, irgendwie, also Rufus wird hier gerade falsch angezeigt. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Äh, können wir das jetzt nicht nochmal so machen? Okay. Die Kohle nehmen. Und dem dann jetzt in dieses Handtuch kippen. Ah! Haha. Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann. Nichts wie raus hier. So, sehr gut. Dann los. Ich hoffe, jetzt spinnt die an. Ja, sehr gut. Ups. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffelstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los. Wissen wir schon. Schnell, aktiviere die Notfallkonsole. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcode-Fach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Ähm, wartet, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Gut machst du das. Okay, was muss ich tun? Was muss ich tun? Nicht doch die Champagner duschen. Komm, schau. Gut machst du das. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Was mache ich denn hier? Oh Gott, es brennt alles. Oh Gott, es brennt alles. Warte, 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 warte. Ja, warte doch halt. Also, wenn ich das... Ah, hab schon. Hab schon geschafft. Keine Ahnung wie, hab schon. Komm, schau. Da, ich hab die Codes. Zu spät. Sie klettern die Mauern hoch. Knell. Nie schwung. Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Lift, Schacht. Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruch-Codes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ah, sie haben mein Bein. Sie kommen, Rufo. Sie kommen. Oh Gott. Hä? Moment. Da. Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Oh, oh. Nein. 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 Bitte nicht. Nein. 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 Oh Gott. Scheidenkleister. Was? Hey. Ziemann-Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt. Die Dienstbots haben an so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Und den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Ähm. Aha. Dann machen Sie das. Aber pronto. Ähm. Wir haben gerade diese Abbruch-Codes bekommen. Damit ist das doch jetzt geritzt. Das, dass wir Goal aufhalten, oder? Moment. Äh. Ich habe es natürlich vergessen. Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Der Abbruch, der kommt später irgendwie so. Äh. Moment. Ach. Moment. Ich muss nochmal raus. Ich muss nochmal raus. So. Hier. Oh. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Eigentlich müsste ich es mir jetzt gemerkt haben. So. Hier. Selbstverstörung. Okay. Hey. Ich leite die Säpse. Das Wack. Na. Alpha, Alpha. Schuppidumbi. Dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl. Nein, stopp. Das waren die Abbruch-Codes. Was murmelst du denn da? Jetzt habe ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Oh. Oh. Du hast die Selbstzerstörung. Yay. Haha. Ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Oh. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay. Das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los. Schalte das ab. Bumbe-Dum, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay. Du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Was fing mit Alpha an? Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Oh. 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 Deinen Fass ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4, 2, 3, 2. Oh-oh. Oh. Ist passiert. Plitis? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Hey. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Hm. Womit sich die Inspektionsreise wohl erübricht hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau. Wie der da. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow. Das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein. Wir müssen nach Deponia. Yes. Dort steht mein Chronokar. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektiv-Set zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufried. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Okay. Also das Hochboot hat jetzt abgelegt. Und immerhin, wir haben jetzt Goal bei uns. Die Frage ist jetzt nur, was nun? Dies ist der erste und vermutlich auch letzte Tag deines Lebens. Soll ich mich etwa darüber freuen? Ja, aber halt nicht so lange. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Uhr tippt. Bravo. Das war vielleicht unsere letzte Chance, nach Deponia zu kommen. Ich dachte, du willst dich nicht in den Lauf der Dinge einmischen. Die Dinge laufen momentan ja auch nicht. Für dich vielleicht nicht. Okay. Goal hat jetzt die einmalige Chance, mich nochmal ganz von Neuem kennenzulernen. Beziehungsweise die unendlich malige. Er könnte sich ruhig ein bisschen für mich freuen. Finde ich auch. Dieser Egomane. So, kommen wir dann. Und was machen wir jetzt genau? Oh. Was? Woher kommt ihr? Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die, 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 die dürfen gar nicht hier sein. Heiliger Hubert. Wir werden in alle Ewigkeiten von Fuelox getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen. Haben, sein. Äh. Okay. Bravo, Fuelox. Gute Fuelox. Hallo. Überhaupt nicht hungrige Fuelockchen. Aha. Okay, was, was, was tue ich jetzt am besten? Treten kann ich ja irgendwie nicht. Ähm. Äh. Ja, moin. Was, was mache ich jetzt? Habe ich irgendwas? Ich habe nicht mal eine Waffe oder so. Bravo, gut. Überhaupt. Äh, okay. Nein, das bringt mir gar nichts. Äh, ich muss hier doch irgendwie was finden können. Treten. Irgendwie. Ah. Der Knopf, der ist aber auch sehr versteckt. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Fuelox überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich habe Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fuelox zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Das ist gut. Fallschirm? Äh, sagte ich Fallschirm? Ich meinte, äh, Schallzwirn oder Wall. Denk nicht einmal dran. Doch, komm, let's go. Oh, jetzt festhalten. Nein, stopp. Tschüssüss. Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte, ja. Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt. Rufus? Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendoofe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wieder herzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fuellocks werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuellocks, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Ja, vermisste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvax schaffen? Dann ist es halt knapp. Na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McCronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Das ist schon mal die Höhe. Na echt mal. Also bitte. Also hallo. Also hier. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au. Au? Pf geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fuellock verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Ah, sehr gut. Wollt ihr die Welt retten? Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Steckerei auf meinem Familienkissenbezug. Ähm, das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also, wo geht es nach Kuwak? Okay, willkommen zurück auf Deponia und ich finde das ja so herrlich, so herzallerlieb. Gold ist einfach echt süß. Alles kaputt, soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Aber immerhin leben hier noch Menschen. Sie kann sich gar nicht satt sehen. Kein Wunder bei dem unappetitlichen Panorama. Okay, der Prophet. Schaut mal Kinder, es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Okay, vielleicht hat er ja was Unheilvolles zu sagen. Das wäre natürlich sehr amüsant über die Viewlogs zum Beispiel. Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Hm, dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim vier dreiviertelten Gebot. Vier dreiviertelten? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Könnte was von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur drei Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Drei Gebote, drei Spiele. Hm. Wer da Parallelen sieht. Wie wär's mit... Du sollst nicht langweilen deinen Nächsten. Hm. Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... Hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Und das Blaue? Wie wär's mit... Du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren, schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen. Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Sorry. Wie wär's mit... Du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen. Ha! Guter Versuch. Wie wär's mit... Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Oh. Das gefällt mir. Es ist... Prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, dass man sonst nur den Titel von Hip-Hop-Alben findet. Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuhu und Kikeriki. Für... Obdach Moses! Wuhu! Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Wuhu! Ja. Das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf... Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen dem zweiten Gebot auf... ...und werden nie wieder erwähnt. Ha! Wie ich's mir gedacht hab. Vielleicht hättest du's nicht meißeln soll. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Oh, ich find die Parallelen einfach herrlich hier wirklich in Anspielung halten, ne? Dass die Community halt damals so ein bisschen ausgerastet ist nach dem Ende von Deponia 3, von Goodbye Deponia. Und dass sie dann unbedingt noch ein spätes, viertes Spiel hier dann gemacht haben, um sozusagen persönlicher etwas zu sein. Ich gucke mal gerade. Ich will die Gebotstafel ein für allemal abschließen. Was waren denn da noch für Antwortmöglichkeiten? Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Okay. Schade, ich hätte noch gern... Ich hab nicht geguckt, was die letzten waren, weil ich dachte, man könnte wirklich alle durchnehmen. Aber gut, okay. Dann geh ich mal hier hin und frag mal, was der Schrottritter hier so treibt. Das ist nur ein lahmer Haufen. Verzeih, dass ein bisschen Rufus ins Spiel kommt. Au ja, bitte doch, bitte doch. Uhu, ihr da. Wisst ihr, wo es nach Kuwak geht? Ku, was für ein Ding? Kuwak, ein Dorf südlich von Busa Westbock. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer, ihr seid hier falsch. Bis Busa Westbock sind es bestimmt vier Tagesmärsche. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor mehr Chronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch mehr Chronicle finden. Und jemanden, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem... was? 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 Ich glaube, ich habe Macronicle gerade gefunden. Okay. Alles klar. Ich habe übrigens gesehen, wir sind ja eigentlich in den Grab gefallen. Ja. Das ist ja... Verspricht ja nichts Gutes für deine Zukunft. Kiel Rufus. Weltenretter. Spionage. Cowboy. Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Okay. Alles klar. Dann bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was uns noch so erwarten wird und was Macronicle dort hinten auf dem Jahrmarkt so treibt. Wir sehen uns aber erst in einer neuen Folge von Deponia Doomsday wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich von meiner Seite aus und sage Ciao, Ciao. Ciao.